So, in der Heft Stuhl Und dachte ihr leid, es ist Wunder passiert, sagen wir es mal so Dir wäre nie klar, was heute passiert ist Wir haben heute 23.12. Also einer da vor Heiligofen So Ich habe mal die Bucke fertig gegriffen Es ist unglaublich Aber es stimmt Verdammt, der hat auch noch mitgesungen Auf jeden Fall, was ich sagen will Ihr könnt euch freuen Der Mackie-Puppi, der kann entweder hauen Eure Mähe hoch Je nachdem, wie lange das dauert Und dann sucht ihr Jo So viel dazu Wie gesagt Ich lade jetzt entweder gleich Oder neue Den Mackie hoch Also entweder 23 oder 24 Da müssen wir halt gucken Und Und dann Zitzen wir sich entweder An der Mähe Vielleicht hole ich ja auch noch was An der Mähe oder an der anderen Tag Auf jeden Fall, ich wünsche auch Schönen Feiertag Schönen Heiligofen etc. Wenn ihr Freizehn auch noch Schönen Ausflugzeit Ja Sonst sind wir uns entweder Mähe oder an der Mähe oder an der anderen Tag Und dann mal sie sich Jo Tschüss